Sie liebt ihre Frau. Sie. Spaß ist teuer. Spaß. Das ist mein Eindruck. Eindruck. Im Ernst? Ernst. Er ist unheimlich. Unheimlich. Ich habe Angst vor dir. Habe. Es ist mein Ernst. Mein. Das ist mein Ernst. Ist mein. Angst. Ernst. Ein Umzug macht Spaß. Umzug. Spaß. Er liebt seine Hüte. Er. Lebt. Hüte. Das ist unheimlich süß. Unheimlich. Süß. Mit ihm hat man Spaß. Mit. Ihm. Diese Stadt sieht unheimlich aus. Stadt. Sieht. Sieht. Unheimlich. Aus. Sie. Liebt. Ihre. Frau. Saal. Hat. T LAURA. Angst. Begegnung. Du bist ein. Sam m. Euch muss das。 Quasi. Guten Morgen! Wir schlafen in der Nacht. Schlafen in der Zeitraum. Guten Morgen! Wie geht es Ihnen? Ich schlafe am Abend. Ich werde drei Nächte bleiben. Er studiert Tag und Nacht. Ich esse nicht am Mittag. Esse nicht Mittag. Sie isst jeden Morgen Müsli. Ruft mich heute Abend an. Ruft mich heute Abend an. Ruft mich heute Abend an. An. Abend. Heute Abend Heute Abend heute Abend Das war's für heute. Nachts abends abends kaffee abends denn er arbeitet nachts Wo bist du heute? Wo bist du heute Abend? Der Zeitraum ist lang Der Zeitraum ist von Juni bis August Ich werde drei Nächte bleiben Ich esse am Mittag nicht Ich nicht